Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie einladen zu unserem Patientenforum mit dem Thema Sportfähigkeit nach Hüftgelenksersatz. Ich möchte Ihnen hierzu eine kurze Einleitung geben und im Anschluss dann einen Patienten von mir interviewen, der beidseitig einen Hüftgelenksersatz hat und ein ambitionierter Hobby-Sportler ist und Ihnen berichten wird, wie es ihm ergangen ist. Schalten Sie ein und ich würde mich freuen über rege Beteiligung. Untertitelung des ZDF, 2020